Guten Tag, guten Tag, guten Tag, Hans-Peter. Heute ein Thema, die Ehe für euch alle, bzw. die politischen Probleme, die gewisse Leute haben, weil sie jetzt Stress bekommen, wegen den vielen Möglichkeiten von LBGTQ, die sie offenbar noch nicht lange davon wissen. Untertitel, geht's doch ein Scheiss der AK. Oder das Konservativli sagen, hey, die Ehe ist doch nur für Mann und Fiajau vorgesehen gewesen. Er muss seit dem Neolitikum. Nur hat es seit dem Neolitikum auch sehr viele Lämpen gegeben zwischen Mann und Fiajau. Schon nur, weil nicht alle das Mann-Fiajau-Dinge so bei euch ausgestattet haben. Und da winken das Konservativeres gerade mit der Bibel und dem Liebgott und sagen, hey, da steht nichts drin von LBGTQ. Und da muss man sagen, stimmt. Aber ich persönlich glaube nicht, dass der Liebgott ein homophobes Anschlag ist. Aber die Theologie führte beim Zwischenmenschlichen den noch schnell mal auf das Glatte. So bei den Hetta-Jojo-Modi und bei den Hetta-Jojo-Böck. Weil kaum macht es zwei einen ein wenig Spass, ist es auch schon wieder halb verboten. Und das theologische Argument, der Liebgott hätte doch auch Schwule und Lesben ermöglicht, das könnte man eben auch umkehren. Der gleiche Liebgott hätte eben auch homophobische Anschlöcher ermöglicht. Vielleicht hätte man ja seine alte mal hässig gemacht. Oder man ist ja nie beim Gott. Der ist ja alles seiend. Vielleicht arbeitet er auch immer einen schwulen Club. Oder ist eine lesbische Frau. Oder eine Hetta-Frau. Oder ein Trans-Mann. Oder non-binär-asexuell. Und findet das mit diesen Hormonschüben noch lustig? Jetzt gibt es eben Leute, die sich an dieser Vielfalt stören. Und stören heisst es in der Schweiz, wir müssen das gesetzlich eingeschränkt lassen. So wie gäng. Oder das Konservativlis sagen da. Echtmässig ist nur eine Kombination von einem steifen Bicker mit einem feuchten Bösen. Etwas anderes habt ihr gar nicht im Gering. Also, ich habe das manchmal schon im Gering. Aber eben nicht immer. Und schon gar nicht bei politischen Abstimmungen. Die Spiesser sind so gut. Fertig. So wie geht es?